Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich spreche heute mit meinem Gast, Professor Dr. Petschner, über Sexualität aus energetischer Sicht. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einen Mann dazu sprechen dürfen und freue mich auf viel neues Wissen. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Thomas. Hallo, Corinna. Schön, dass du da bist. Heute ja zum ersten Mal bei mir. Sehr gern. Ich freue mich. Wir hatten schon ein Kolloquium zusammen gemacht. Ja, stimmt. Genau, das war schon mal ein sehr guter Einstieg. Ja, das ist unser neues Sendeformat, das kommt noch raus. Und heute würde ich gern mit dir mal über das Thema Sexualität sprechen. Wir hatten ja auch mal eine Sexualtherapeutin hier. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir so ein bisschen den Bezug zu einer wahrhaftigen, echten Begegnung in der Sexualität ein Stück weit in unserer Gesellschaft gar nicht mehr leben oder auch ein Stück weit verloren haben. Oder wie siehst du das? Ich wusste nicht, was jetzt eine Frage ist oder eine Verstellung von dir. So eine Kombination. Ja, Kombination. Es gibt eine ganze Palette an verschiedenen Aspekten, von denen man Sexualität betrachten kann. Was meist verbreitete, ist, dass man sich unterhält, wie funktioniert man. Also physiologische Funktionen werden unter die Lupe genommen. Fruchtbarkeit, Reproduktionsfähigkeit des Mannes und der Frau und so weiter und so weiter. Das, was auch in den Schulen meistens gelehrt wird, das ist ein männlicher Organ und das ist ein weiblicher Organ. Und dann durch irgendein Wunder kommen die zustande und bumm, da entsteht ein neues Leben. Das ist zu wenig. Das ist eine einseitige Betrachtung. Natürlich auch wichtig, wie viele andere. Aber wir haben verschiedene Aspekte, die Sexualität sehr stark beeinflusst sind. Einmal haben wir das soziale Umfeld. Was sagt mein Nachbar? In welcher Gesellschaft bin ich aufgewachsen? Wie war meine Prägung im Sinne von Erziehung? Welche Verhältnisse hatten meine Eltern zu Sex? Was haben sie mir beigebracht? Welche Gespräche haben wir darüber geführt? Wie wurde ich aufgeklärt? Was darf man sagen? Was darf man nicht sagen? Was ist ein Tabuthema? Was ist kein? Und das hängt wirklich von den kulturellen Gegebenheiten. Und natürlich im Sozialumfeld. Dazu gehört die Religion oder die Religionen oder insgesamt Glaubensrichtungen. Also viele, viele, viele verschiedene Aspekte gehen in das hinein. Bis hin natürlich zu Spiritualität, weil Sexualität ist nicht nur ein körperlicher Akt. Das ist das am wenigsten an sich. Sondern es gibt viele, viele, viele andere Nuancen, die wir vielleicht heute nochmal miteinander besprechen werden. Wo wird denn noch die Spiritualität und die Sexualität gelebt? Bewusst? Bewusst, da gibt es Ansätze bei Tantra. Das ist etwas, was meist verbreitet ist. Oder wenn man Spiritualität und Sexualität miteinander verbindet, dann greift man immer wieder zurück zu Tantra. Wobei, man braucht kein Label machen. Man kann das auch ganz normal haben, auch ohne, dass man sagt, jetzt machen wir tantrische Übungen. Und dann zwei Tage später, wenn wir uns entknoten, dann gucken wir mal, was die Gemachte haben. Da geht es ja nicht nur um die Stellung und Positionen, sondern geht es auch darum, welchen Zugang wir zum Sexualität haben. Und was ist das für uns? Ist das jetzt mal nur eine physische Abhandlung, dass man sagt, gut, okay, wir balancieren mal die Hormone? Oder ist das etwas, wo man tatsächlich ein kleines bisschen spiritueller damit umgeht, im Sinne von, wer wir sind, was wollen wir eigentlich? Was bekomme ich aus der Sexualität? Wie erlebe ich die Sexualität? Wie erlebe ich mich selbst? Wie erlebe ich den Partner? Wie kommt es zum energetischen Austausch miteinander? Was ist die Umgebung, wo wir Sex haben? Es ist unterschiedlich, wenn man einen Quickie im Auto hat oder wenn man einen Raum hat, das wirklich dafür mehr oder weniger vorgesehen ist. Ich spreche nicht über Schlafzimmer als solches, weil da geht man zum Schlafen. Es gibt wirklich in manchen Kulturen Räume, wo man sich begegnet auf dieser körperlichen, sinnlichen Ebene, wo dann die Düfte eine Rolle spielen. Beleuchtung spielt eine Rolle, Materialien spielen eine Rolle, Bett, auf dem man sich hinlegt, spielt auch eine Rolle. Es macht ganz, ganz großen Unterschied, welche Bettwäsche man hat, ob das jetzt feiner ist, dass Haut als ein sensibler Organ auch mitempfinden kann. Dann auch die Berührung, die jetzt dazu kommt. Und diese Spirituelle ist letztendlich aus vielen, vielen Komponenten zusammengebaut. Ist das erstmal, was mache ich mit meinem Partner? Wie gehe ich mit der ganzen Situation um? Wie weit sind wir beide geistig entwickelt? Wie weit können wir uns genießen, ohne dass wir jetzt mal diesen direkten körperlichen Kontakt haben? Einander anschauen, einander riechen, einander leicht berühren, die Haut berühren, einfach die Hand halten, nebeneinander liegen, Herzschlag hören, einfach Atem des Partners hören. Das sind alles Elemente, die sind nicht im Sinne von heutigen, leider Gottes, schnelllebigen Elementen der Sexualität, wo es heißt, jetzt schnell mal und schnell zum Orgasmus. Da wird Orgasmus als Ziel deklariert, was völlig falsch ist. Also man soll gar nicht sagen, jetzt zum Orgasmus. Ich habe in einer Sendung gesagt, kein Orgasmus, sondern Orgasmöchte. Also kein Muss, kein Druck. Es ist nicht ein erklärtes Ziel, das man erreichen soll. Und wenn schon, dann sollte man Möglichkeiten finden oder sollte man erst mal Zeit finden, um das zu erreichen. Und diese Entschleunigung ist notwendig. Man muss wirklich entschleunigen für Sexualität, für eine gut gelebte Sexualität spielt Zeit eine wesentliche Rolle. Ein Vorspiel ist unheimlich wichtig. Zum Wort Spiel an sich, es ist etwas Spielerisches. Es ist etwas, wo man sich wie ein Kind unbefangen fühlt und bewegt und entdeckt und neue Sachen ausprobiert. Und das ist etwas, was ganz, ganz, ganz wichtig ist. Auch wenn man physiologische Elemente Mann und Frau gegenseitig betrachtet. Bei einem Mann ist das, ja, Erektion ist da, ich bin ready und los geht's. Ich habe bei verschiedenen Vorträgen auch erlebt, wo man mit wirklich Teilnehmerinnen, ich habe ja auch so exklusiv Vorträge nur für Frauengruppe gehalten, festgestellt, es gibt Frauen in deren 50ern, die hatten noch nie ein Gefühl, Sexualität mit etwas zu verbinden, was schön ist. Und es lag in erster Linie, als wir dann in Diskussionen gekommen sind und einen kommunikativen Austausch, wo sie dann sagen, tja, also mein Mann ist einfach bereit und erwartet nicht, dass ich überhaupt mal feucht bin, sondern drängt in mich hinein, es ist schmerzlich und ich verbinde Sexualität nur mit Schmerz. Also, auch ein Kommentar war für mich sehr prägend, wo eine Frau gesagt hat, ich weiß nicht, was finden die Frauen schön daran? Was finden die Menschen überhaupt schön an der Sexualität? Es tut nur weh. Sie hat nämlich gar keine andere Erfahrung gehabt. Sie hat einen Mann kennengelernt mit 15, mit 17 waren sie verlobt, mit 19 haben sie geheiratet und haben ein Leben lang miteinander verbracht, ohne dass sie anderen Partner hatten und auch durch die Umgebung. Und das ist das, was ich auch vorher sage, Sozialstruktur, Religion spielte eine wesentliche Rolle in dem Fall. Es gab keinen Austausch zwischen Freundinnen. Es gab keinen Austausch zwischen, sage ich jetzt mal, engeren Familienkreisen. Darüber spricht man nicht. Du hast deinen Mann, Pech gehabt oder Glück gehabt. Also, insofern, viele, viele Elemente sind ja auch mit dabei, die ineinander fließen, die sich ergänzen, die einfach gesehen werden müssen. Wenn man jetzt wirklich diese energetischen Aspekte mit reinnimmt, vor allen Dingen auch dieses, kein Orgasmus haben zu müssen, was passiert im Körper in dem Moment, wo ich sage, ich muss nicht kommen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und die Antwort ist, man muss gar nichts müssen. Der Druck ist raus. Der Druck ist raus. Also einfach miteinander körperlich kommunizieren, sich streichen, miteinander Zeit verbringen, nebeneinander liegen, sich berühren, sich fühlen, ohne zu sagen, jetzt müssen wir irgendein Ziel erreichen, einen Orgasmus haben. Nein, überhaupt nicht. Orgasmus als Ziel nicht suchen, sondern zu dem kommen, wenn man das wirklich möchte, wenn man tatsächlich so irgendwann im Hinterkopf hat aus dem, was gelernt ist in der Vergangenheit, okay, Orgasmus ist ein Höhepunkt und zu dem will ich jetzt mal kommen, ist immer die Frage, was ist dann danach? Man rennt zum Orgasmus, man sagt immer, es ist ein Vorspiel. Was ist mit dem Nachspiel? Wir kommen jetzt zu deiner Frage direkt zum Energieaustausch. Wir sagen in der Komplementärmedizin, Yin und Yang wird immer genommen als eine, sage ich jetzt mal, universelle globale Sprache der energetischen Feldern oder Energien an sich. Und nun, die Frau ist demnach Yin, das heißt zart, empfangend, eher passiv und der Mann ist aktiv, aggressiv in manchen Fällen, auf jeden Fall jenige, der Initiative ergreift, der immer pusht, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes dann. Und bei einem energetischen Austausch, das dann idealerweise beim Orgasmus stattfindet, kommt es auch zum energetischen Austausch. Die Frau bekommt Yang des Mannes und der Mann bekommt Yin der Frau. Und durch diese Balancierung, die ganzen Meridianfelder öffnen, die ganzen Chakren öffnen, die arbeiten anders, kommt es zu dem Moment, wo die Frau diese Yang bekommt, wird sie energetisiert, ist sie aktiviert, es wird aktiver danach und der Mann kriegt Yin will nur noch schlafen. Und nach dem Sex sagt er, ach Schatz, lass mich einfach nur in Ruhe, ich möchte noch ein Käschen machen. Das ist irgendwas schiefgegangen. Ja, genau, das ist mir schiefgegangen. Das ist zu viel Energie, wurde ausgetauscht. Aber das ist genau das, was ich sage. Wo ist der Nachspiel? Also man spricht über diesen, sage ich jetzt mal, spirituellen Zugang zu Sexualität. Und dazu gehört ja nicht nur, okay, ich arbeite auf Ziel hinaus und das ist der Orgasmus und danach ist Feierabend, sondern es ist wirklich auch etwas, wo man sagen kann, man kommt zum Höhepunkt. Aber von der Definition her, du kannst keinen Höhenpunkt oder einen Gipfel auch eines Berges oder was auch immer definieren und sagen, das ist ein Gipfel, weil du hast ja vorher einen Tal, von dem hast du angefangen. Jetzt bist du auf dem Gipfel. Und was bleibt dann? Bleibst du auf dem Gipfel? Nein. Nein, du musst wieder in den Tal. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um, dass diese Talfahrt nicht als negativ angesehen wird. Nicht so nach dem Motto, ja, alles ist vorbei, das ist jetzt nicht mehr wichtig, nicht mehr interessant, jetzt schlafe ich. Ja, sondern mit dem Partner bleiben und auch nicht schnell, aha, jetzt gab es einen Orgasmus, einzeln oder beide, das spielt keine Rolle. Also ist einfach nur jetzt mal als Beispiel für diesen Gipfel. Ja, danach jetzt mal, ach, guck mal, ich bin ja ganz verschmiert, besudelt, deine Säfte fließen, meine auch, lass uns mal schnell duschen. Und dann, nein, es ist nichts Schmutziges dabei, es ist nichts, was nicht dazu gehört. Das gehört zu zwei Menschen, die sich lieben, genau wie der Schweiß, genau wie man sich küsst. Es kommt zu einem anderen Austausch, auf eine andere Ebene, die nicht nur fokussiert ist auf diesen Gipfel, auf den Spitzen, auf Orgasmus, dass man sagen kann, jetzt und danach nichts mehr. Weil auch diese Nachspiel, ein, sage ich jetzt mal, Liebe miteinander machen, ist das ganz was anderes als Begriff, das ich nie verwende, Vögel. Ja, das hat für mich eine völlig andere Definition. Es ist etwas, was mechanisch ist, es ist etwas, wo man sagen kann, okay, ich befriedige jetzt mal meine schnelle Bedürfnisse, ob man selbst masturbiert oder ob man jetzt mal mit jemandem das miteinander macht. Es fehlen beide Talaufgänge zur Spitze. Männer haben ja auch die Möglichkeit, diese Energie bei sich zu behalten. Ja. Über verschiedene Techniken, was aber auch selten irgendwie den Männern nahegebracht wird. Warum gibt es diese Methode und was löst die aus? Das ist eine gute Frage, warum lernt man das? Warum hat man nie darüber gesprochen? Es gibt eine ganze Menge Themen, die man nie in der Schule lernt und später im Leben. Wenn man Glück hatte, stolpert man über solche Sachen oder über einen Partner, der Verständnis dafür hat. Wenn du jetzt mal genau diese, sag ich jetzt mal, verlängerte Erektion sprichst, da geht es nicht nur um Erektion als solche. Es geht ja nicht nur, dass der männliche Organ ständig bereit ist zu explodieren. Drum geht es ja nicht. Es geht ja auch darum, die Energie so fließen zu lassen, wenn man es braucht. Und auch geht es darum, das sind auch dann, sag ich jetzt mal, technische Fragen. Da gehen wir wieder mal in anatomische. Wie ist eine Vagina aufgebaut? Wie ist, was passiert mit dem Eingang? Wo ist der größte Druck beim Mann? Wie spürt man einander physisch, rein körperlich? Wie wird Erektion bei einem Mann von einer Frau gesteuert im Sinne der feinsten Bewegungen, im Sinne von feinen Muskelbewegungen auch? Also so eine kleine Kontraktion kann einem Mann sehr, sehr viel helfen dabei. Aber da geht es nicht nur um diese physische Komponente. Die kann man natürlich erlernen. Das ist das Wenigste. Viel wichtiger ist, wie ist gesamt die Bindung zueinander. Dazu gehört die gesamte Atmosphäre, wie wir es gesagt haben. Dazu gehört die Gerüche. Pheromone sind die sexuellen Lockstoffe. Aber es geht ja auch darum, hat sich jemand parfümiert? Es ist ein natürlicher Duft. Es ist der Schweiß. Das kann sehr, sehr erotisch sein. Das kann sehr anziehend sein. Man muss nicht immer sehr viel Druck ausüben. Ganz im Gegenteil. Man soll das runterfahren. Diese Intensität, mit der sowohl die Männer als auch die Frauen an Sexualität rangehen oder an einen sexuellen Akt als solches, ist in vielen Fällen sehr, sehr gewalttätig. Nicht, dass die sich beide im Gewalt fühlen, im Sinne, das war jetzt gewalttätig, sondern mit der Zeit nimmt die Intensität immer mehr und mehr und mehr. Der Klitoris ist ein unglaublich sensibler Organ mit 8.000 Nervenendungen. Also der Penis hat ja nur 4.000. Das ist die Hälfte. Das heißt, wie gehen diese Reize durch? Und wenn ein wahnsinniger Druck draufkommt und wenn Wiederholungen sehr, sehr stark sind und vor allem, wenn das alles monoton abläuft, dann fehlt diese Differenzierung. Da fehlt diese Kalt und Warm, langsam und schnell. Und das ist ja aber das, wenn ich jetzt so die klassische Porno-Industrie betrachte, da wird ja wirklich so dieses, genau das umgesetzt, von dem du gerade gesprochen hast. Also eigentlich sich immer mehr so ein Stück weit auch betäuben. Und eben dieses Streben nach Orgasmus, also auch sich wahrscheinlich da drinnen total verlieren, gar nicht mehr spüren, sondern irgendwas hinterherzuarbeiten. Aber dann wirklich zu sagen, wie komme ich wieder zu diesem Fühlen zurück? Auch als Paar, wenn man dann sagt, hey, wir wollen das so nicht mehr leben. Es gibt ja auch schöne Bücher über göttliche Sexualität. Und wenn man sich die an, da reinliest, dann denkt man, unglaublich, was wir eigentlich gelernt haben, also in der Industrie, sage ich mal, und was eigentlich auch noch gelebt werden könnte. Ja, Problematik sehe ich insofern, das, was Porno zeigt, ist in erster Linie jetzt für jüngere Generationen verheerend. Sei ich jetzt mal meine Generation oder auch Menschen, die noch älter sind, wir waren glücklich, wenn wir überhaupt irgendwo irgendein Foto einer nackten Frau mal gesehen haben. Also sehr viel war ja auch dem Leben überlassen, also nicht nur der Fantasie. Man guckt jetzt die Bilder und dann versetzt man sich in das Ganze. Da gab es ein Heftchen, also gab es noch keine Filme. Manchmal ist ein Dekolleté der Freundin viel sexier als das, was man heute sieht, wo manche Frauen halbnackt durch die Gegend rumlaufen. Es ist, ich sage nicht nur, dass es um die Gedanken geht, sondern es geht ja auch darum, was sehe ich, welche Reize empfinde ich, was ist für mich Normalität. Wenn man jetzt mal zurückgeht zu deiner Frage, wie geht man wieder zurück in sogenannte Normalität, ist die Frage erstmal, was normal ist. So, es ist sicherlich nicht normal, dass ein Sexualakt drei Minuten dauert. Das ist es nicht. Aber das ist das, was Porno jemandem vorgaukelt. Da geht es ja einfach nur zum Höhepunkt, den man muss ejakulieren und am besten auf die Frau drauf mit wirklich so in gewissen Hinsichten echt erniedrigenden Elementen, wo die Frau wirklich zu einem Objekt reduziert wird. Da gibt es auch Elemente, die junge Generation auch versucht nachzumachen. Weil die haben kein Gespräch mit Eltern, möglicherweise. Also sehr wenige, die das haben, sind glücklich, wenn die Eltern offen sind und darüber sprechen können. Viele haben das nicht. Jeder hat Zugang zum Internet und zu Pornoseiten. Gucken Sie sich etwas an, was überhaupt nicht in Richtung, ich will nicht mal Spiritualität überhaupt dazu bringen, überhaupt in eine erfüllte Sexualität geht. Weil wenn man sich anschaut, mit welcher Intensität sie aufeinander loslegen. Und auch selbst, wenn man sich das mal anschaut, wie einer masturbiert, die Geschwindigkeit, wie einer masturbiert, Mann oder Frau, es ist völlig egal, ist niemals, es gibt keine Möglichkeit, dass die Partner einander, dass sie sich so bewegen, um diese Bewegung zu reproduzieren. Das heißt, wenn ein junger Mann sich selbst befriedigt, dann geht er an sich so ran, wie es absolut unmöglich ist, mit einer Partnerin das zu erleben. Das heißt, Intensität, mit der er zum Orgasmus kommt, wenn er sich selbst befriedigt, ist ein anderer als mit der Partnerin. Und das sind schon Unterschiede. Das heißt, wenn er mit einer Partnerin zusammen ist, dann sagt er, irgendwas fehlt mir, mir fehlt mehr Bewegung. Und dann wird die Frau in die Schuhe geschoben, so nach dem Motto, ja, du bewegst dich nicht, du bist nicht aktiv, ich kann mich nicht nur allein bewegen, du musst auch was dazu beitragen. Also so schnell bewegt sich niemand. Ist dieses Gefühl, dass der Partner denkt, es fehlt was, eigentlich nur stellvertretend dafür, dass wir ganz viele Dinge in dem anderen gar nicht mehr wahrnehmen können, weil wir den Blick dafür gar nicht mehr haben, in dem Moment, wo ich mich ja nur auf Reibung und Stoßen konzentriere. Und das finde ich jetzt mal spannend, wenn du als Mann da bist, was kann man an der Frau alles wahrnehmen, außer das, was uns die Pornoindustrie nur vorgaukelt, nur dieses Objekt. Ich glaube, viele Männer haben auch den Zugang verloren. Wie fühlt sich weibliche Energie an? Diese Dinge. Ja, also, wenn ich darüber rede, dann heißt es, na, guck mal, der alte Romantiker. Aber es ist wirklich so, dass eine Frau als eine Ganzheit betrachtet werden muss, soll, oder wenn man wirklich diese weibliche Energie, wie du sagst, genießen möchte, dann muss man sie erst mal respektieren, erkennen und zelebrieren. Dass man sagen kann, visuell, auch gefühlsmäßig, auch energetisch ist das eine schöne Frau. Es ist etwas, was jemanden umgibt. Das ist etwas, wo man sagen kann, viele Elemente fließen ineinander. Es ist nicht nur das Körperliche. Es ist nicht nur, dass wir sagen, na, wow, sie hatten was, was sehe ich, runden Hintern oder große Brüste oder was auch immer Element sein mag, dass man sich darauf fixiert, sondern wie spricht sie? Wie bewegt sie sich? Was sagt sie denn? Wie ist ihre Energie und wie ist ihre Weiblichkeit an sich? Wenn du dir jetzt mal anschaust, also versuch das mit Männernaugen zu sehen, Frauen auf der Straße. Wenn ich mir jetzt mal so ganz ohne irgendwelche Hintergedanke einfach die Landschaft anschaue, da sind in etwa 50% der Frauen, die bewegen sich eher unsexy, unweiblich, sondern eher so, schieb mir nicht, hier komme ich. Du sprichst über Weiblichkeit. Es ist nichts Weibliches und das ist nicht etwas, was du dann katalogisierst oder was du bewusst dann wahrnimmst und sagst, okay, die bewegt sich so und so. Also bei mir geht es einigermaßen, weil ich befasse mich mit Körpersprache, mit Gesichtsdiagnostik, mit verschiedenen anderen Elementen, die das mit beinhalten. Manchmal ist bei mir das automatisch. Aber diese unbewussten Elemente, das ist das, was uns triggert. Das ist das, was man sagen kann, wow, guck mal den schönen weiblichen Gang. Also ein Beispiel, Marilyn Monroe in Manche mögen es heiß. Das ist eine Szene, wenn sie am Bahnhof vorbeigeht, an Tony Curtis und Jack Lemmon und sie geht und die ganze Hüftbewegung, die da ist auf den Stöckelschuhen, die stehen dahinter und die haben sich als Frauen verkleidet und versuchen, selbst in den Stöckelschuhen zu gehen. Und das zeigt wirklich natürlich, überzeichnet, diese weibliche Gang. Aber das ist etwas, was dann tatsächlich auch im tieferen Unterbewusstsein auch generationsmäßig zurück ist. Das ist ein einladender Akt. Ich bin eine Frau. Ich bewege mich. Es ist ein visueller Lockmittel. Ich zeige dir meine Weiblichkeit. Ich bewege mich wie eine Frau. Und wenn sich eine Frau weiblich nicht fühlt, wie soll sie das rausbringen? Das heißt, die Weiblichkeit kann man ja auch erkennen. Nicht nur anhand des Gangs oder auch da, wie man sich anzieht, auch da, wie man sich gibt, auch wie man insgesamt über sich selbst denkt und über, wie man sich selbst empfindet. Man kann diese Weiblichkeit auch zum Ausdruck bringen und die ist für Männer sichtbar. Und in der Sexualität, wie kann ein Mann diese weibliche Energie, wo fühlt er die? Was passiert da? Wow, also wenn man Glück hat, dann spürt man das. Auch in einem energetischen Austausch, wenn man miteinander verbunden ist. Das ist nicht nur etwas, was du körperlich spürst. Du spürst die ganze Energie. Du spürst diese Verbundenheit. Du spürst diese, man sagt das immer, ineinander verschmelzen. Man muss aber nicht so weit gehen. Man muss nicht im Sinne des, ich bin jetzt verliebt und alles ist rosa-rot, sondern auch immer wieder aufs Neue entdecken, diese weibliche Yin. Wenn man sich mehr damit auseinandersetzt, dann spürt man weibliche Energie, die immer wieder aufsteigt. Aber dafür muss man der Frau Zeit geben. Dafür sollte man die Frau Oberhand geben. Also nicht Oberhand im Sinne von, sie macht alles, aber manchmal tatsächlich, oder was sehr hilfreich ist, dass die Frau tatsächlich eine kontrollierende Position hat. Dass die Frau oben ist und dass sie tatsächlich Rhythmus angibt, dass die Geschwindigkeit angibt, dass die den Druck angibt, dass die letztendlich sagt, okay, so will ich es haben, so gefällt es mir. Und diese Energiesteigung, was in ihr passiert, das ist dieser Weg vom Tal bis zum Gipfel. Also vor dem Orgasmus, wenn man ihn so definieren möchte. Dieser Weg ist spürbar. Man spürt diese weibliche Yin, wie sieht das da aus. Es ist eine geballte Ladung. Es ist fast wie ein Wasserstrudel, wie ein Whirlpool, das dich hineinzieht. Es ist spürbar. Für Mann ist es spürbar. Muss man aber spüren wollen. Und in solchen Situationen ist am besten, wenn sich der Mann gar nicht bewegt, sondern wenn ein Mann einfach da ist, inaktiv. Wenn man die Frau diese Entscheidungsmacht übergibt und ihr die Möglichkeit gibt, Energie selbst freizusetzen. Frauen brauchen etwas länger zum Gipfel zu kommen. Genauso wie jetzt, wenn man sagt, zwei Leute gehen wandern. Die Männer, die körperlich stärker sind, aktiver sind, sind viel schneller oben als die Frauen. Vor allem, wenn sie irgendwo ein Gewicht schleppen oder irgendwas anders. Und hier kann man die Analogie auch dazunehmen. Und dann die Frau tatsächlich so sich selbst entdecken und genießen lassen und nicht unter Druck setzen, sondern Freiheit geben. Du entscheidest. Du machst das jetzt. Du entscheidest, mit welcher Energie du da reingehst. Und das spürt man auch. Man spürt, es ist nicht nur die Kontraktion, die Muskulatur. Sondern insgesamt. Ein ganzer Körper ist anders. Eine Atmung ist anders. Wärme ist anders. Schwingung wird anders. Da gehen wir zwischen physischen Rationalen in diese, was du vorher genannt hast, spirituelle oder göttliche Sexualität. In etwas, was tatsächlich eine andere Bindung bringt, als einfach nur vorwärts, rückwärts. Ich könnte jetzt noch stundenlang zuhören. Sehr schön beschrieben. Und vielleicht können wir doch noch eine Sendung machen, auch über diesen Übergang jetzt in die Spiritualität. Wenn noch Fragen offen sind. Das wäre wirklich schön. Sehr gerne. Vielen Dank, Thomas. Danke für die Einladung. Für dieses inspirierende Interview und bis hoffentlich bald. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einiges für sich mitnehmen an Inspiration. Ich freue mich natürlich immer wieder, wenn Sie zuschauen. Ich wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit. Bis bald und tschüss. manageriert. Musik ... Musik Musik